Hallo, ich bin Miri. Hallo, und ich bin Jerry. Und ich bin heute nämlich die linke Hand von Miri. Genau. So, viele von euch haben mich mal darum gebeten, ob ich nicht mal was Philippinisches für euch machen könnte. Und da habe ich mir überlegt, wir machen einen philippinischen Nachtisch, und zwar heißt der Palitau. Palitau bedeutet so viel geflogen. Dafür benötigen wir Klebreismehl, Kokosnuss und Sesam und etwas Wasser. So, und Jerry röstet jetzt gerade schon mal Kokosnuss und Sesam. Und ich habe aus Klebreismehl und Wasser, habe ich einen Teig schon mal vorgekommen. Das genaue Rezept findet ihr dann wieder unten in der Infobar. Nur damit das alles schneller geht, habe ich das schon mal vorbereitet. Und das gleiche mache ich das nächste Mal aus Indonesien. Und bei mir heißt es dann Klepon. So, das ist ein ganz, ganz fixes Gericht, beziehungsweise Dessert. So, und dann schneide das in kleine Stücke. Die Dunkelbrauch möchtest du es haben. Ich glaube, das reicht schon. So, und ihr könnt entweder Kugeln formen oder beflatte Platten. Dann werden die einfach in das kochende Wasser gegeben. Und wenn die floaten, dann ist es eigentlich schon fertig. Und die kommen gleich hoch. Ist das schon Zucker drin? Nee. So. Jerry mischt da jetzt noch ein bisschen Zucker rein. Falls ihr dieses Dessert vorher schon vorbereiten wollt, und dann nicht direkt verzehrt, sondern vielleicht wie eure Gäste oder so vorbereiten möchtet, dann empfehle ich euch, den Zucker erst wirklich kurz vor dem Servieren dabei zu tun, weil das sonst zu wässrig wird. Weil der Zucker, der zieht dann wieder die Feuchtigkeit hier raus. Und dann, ja, wird er so eine unansehnliche Suppe sein. Ja, und hier, wie ihr sehen könnt, flogen die schon. Die kann man dann nämlich schon rausnehmen. Da drin wenden. Und dann ist es schon fertig. So schnell. Weil wir nämlich Kleberreismehl benutzen, klebt das natürlich wie die Pest. Und das heißt praktisch gesehen, das, was ich hier geröstet habe, klebt dann natürlich auch. So. Das ist doch ein schnelles bisschen. Ich hatte jetzt hier ungefähr zwei Cups Mehl und ungefähr ein Cup Wasser. Wobei, so eine genaue Angabe kann man da nicht geben für, weil natürlich das Reismehl unterschiedlich auf das Wasser reagiert. Also, am besten gebt ihr erstmal halt ein bisschen Wasser dabei, knetet das dann. Und dann werdet ihr sehen, dass die Flüssigkeit relativ schnell aufgesogen wird. Und falls es dann doch zu trocken wird, einfach noch ein paar Tröpfchen Wasser nachgeben. Ja, das sieht doch sehr schön aus, ne? Und wie schnell die Jungs hochtreiben. Und ihr könnt die eigentlich wirklich so machen, wie ihr wollt. Also ihr könnt Kugeln formen, wenn ihr das schöner findet. Ihr könnt auch rein theoretisch... Sterne bauen. Größere dicke Kugeln machen. Und die dann, nachdem ihr die gewendet habt, in so Muffinförmchen reintun. Was dann auch schön aussieht, wenn man das dann so schön serviert anrichtet. Ja. Und wenn ihr das auswollt, dann tut ein bisschen einfach von der Stärke mit auf eure Arbeitsfläche und dann klebt das ab. Ja. Und dann klebt das abnicht. So, ich glaube das reicht schon mal, ne? Ich weiß nicht, vielleicht sind unsere Kameraläute sehr hungrig. So, machen wir das Fleisch weiter. So, die Zeit rennt. Momentito. So, ihr braucht ja jetzt eine Stunde lang zugucken, ob wir das hier noch machen. Ist immer mal das Gleiche. Bei mir nicht. Manchmal drehe ich auch links, manchmal drehe ich auch rechts. So, das war ein philippinischer Dessert. Panitau. Und es schmeckt bestimmt sehr gut. Ja, das war's noch. Tschüss. Tschüss.